Herzlich Willkommen zurück! Wir müssen uns beeilen. Dädra, üble Kreaturen des Chaos. Fümmert euch bitte um sie. Jo, mach ich. Assistentin wartet, die Skarpien haben einen der Wächter aufgebracht. Was? Was für Wächter? Ja, was für Wächter? Ach, du kannst mich mal. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Sieg die Uhrwächter. Achso. Die Wächter meint der. Okay. Dann machen wir die doch als erstes. Oh, Basti. Gut gemacht. Lasst mich nur Sotasils Schöpfung bestaunen, ehe wir hineingehen. Macht das, macht das. Ich schau mal eben, ob ich hier draußen noch irgendwas nehmen kann. Ist nichts zu lesen oder so. Na gut. Nein. Schaut euch nur die Kunstfertigkeit an. Die Detailgenauigkeit. Sotasil ist ein wahrer Meister. Erstaunlich, nicht wahr? So feine Arbeiten auf etwas derart Kleinem. Nun, seid ihr bereit hineinzugehen? Das ist die Stadt der Uhrwerke? Sie ist so klein. Ah, genau. Oh, ich sehe eure Besorgnis. Ich hatte vergessen, dass ihr zum ersten Mal hier seid. Wenn man den Eingang benutzt, wird man geschrumpft und ins Innere hineingezogen. Ich weiß, dass manche von Sotasils ersten Zugangswegen unerwünschte Nebenwirkungen hatten. Aber jetzt ist das alles vollkommen sicher. Aber warum ist die Stadt der Uhrwerke in einem Globus? Wo sollte man sie denn sonst verstauen? Sobald wir drinnen sind, ist sie außerdem viel größer, als sie aussieht. Mein ehemaliger Meister meinte, das Arbeiten mit Miniaturen würde seine Präzision steigern. Und so kann man sie auch noch viel bequemer verstecken und einlagern. Und jetzt, hinein mit euch! Ja, kein Thema. Wir sind ja parallel grounded am Aufnehmen. Mit Kleinsein kenne ich mich aus. Hierüber, passt auf, dass euch der Hund nicht sieht. Wuff, wuff. Wo ist er denn? Soll ich jetzt noch mit dir reden, oder? Wie wächst Energie? Sie fließt durch Sunara. So ist Barbas also in der Lage, die Verteidigung in der Stadt zu umgehen. Aber warum wartet er dort drüben? Ich werde nie verstehen, was diese Daedra antreibt. Sind wir wirklich in eine Miniaturstadt hineingeschrumpft worden? Ja, dank der Magie Sotasils. Mein ehemaliger Meister ist außerordentlich brillant. Ich dachte, ihr wüsstet das schon. Jedenfalls hätten wir hier niemals in unsere Ausgangsgröße hineingepasst. Deshalb hat uns die Magie verwandelt, als wir durch den Eingang traten. Haben wir denn überhaupt eine Chance gegen Barbas, wenn er Viveks Energie einsetzen kann? Eine Chance besteht immer. Es hängt alles davon ab, wie sich die Zahnräder zueinander drehen. Aber ich glaube nicht, dass er zu viel von der Energie gegen uns einsetzen kann. Er braucht sie, um im Reservoir das zu vollbringen, weshalb Clavicus Wile ihn hierher geschickt hat. Und jetzt müssen wir uns dringend in Bewegung setzen. Okay. Wir sind immer in Bewegung. Aber wir sollen doch eigentlich erkunden. Er hat gesagt, er darf uns nicht sehen. Ach, ich laufe hier einfach mal hin. Oha! Mein Lieblingstölbel ist endlich da! Sprecht mit dem Daedrischen Hosen. Zum Glück für mich habe ich so eine Rache. Irgendwohin soll ich ihm folgen. Das habe ich mitbekommen. Ihr mögt das vielleicht nicht glauben, aber ich bin wirklich froh, euch zu sehen. Ich habe euch recht lieb gewonnen, während ich in dieser furchtbaren Dunkelelfengestalt unterwegs war. Jetzt dürft ihr mich in all meiner Pracht erblicken. Und bald werdet ihr in der Lage sein, Zeugin meiner größten Errungenschaft zu werden. Und welche große Errungenschaft wäre das? Ich werde den grandiosesten Plan aller Zeiten meines Meisters zur Vollendung führen. Er wird so stolz auf mich sein. Komm mir dabei einfach nicht in die Quere und genieß das Schauspiel. Ich verspreche, dass es höchst unterhaltsam werden wird. Den grandiosesten Plan eures Meisters? Oh ja, in der Tat. Der grandioseste. Mein Meister und seine Partner haben... Nein, nein, nein. Böser war was. Fast hätte ich die Überraschung verraten. Ihr seid echt gerissen. Oh ja. Aber mein Meister wird so froh darüber sein, dass ich eingesprungen bin und seinen Plan noch besser gemacht habe. Warum all diese Mühen nur, um in die Stadt der Uhrwerke hinein zu gelangen? Mein Meister versucht schon seit Ewigkeiten diesen Ort zu finden. Genauer gesagt hat er den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht. Ich sah eine Gelegenheit, seinen Plan noch zu verbessern. Also habe ich die Initiative ergriffen. Dadurch werde ich die Gunst meines Meisters zurückerwinnen. Ihr werdet es sehen. Wie lange wart ihr, als Tavos verkleidet? Na gut. Dann nehmen wir die Umleitung. Das sollte für die Verteidigungen reichen. Zumindest für die gefährlicheren. Ich habe die meisten Verteidigungen in diesem Abschnitt abgeschaltet, aber Sotasil hat zahlreiche Schutzvorrichtungen eingebaut. Ich rate zur Vorsicht, nur für den Fall der Fälle. Barbas mag uns voraus sein, aber ich kenne viele Wege durch die Stadt. Wir sind genau wie der Fuchs, der plötzlich den Hund jagte. Die Geschichte kenne ich noch nicht. Aber können wir Barbas wirklich einholen? Mit meiner Hilfe sind die Wahrscheinlichkeiten auf eurer Seite. Doch ihr müsst in Bewegung bleiben. Der Hund wird nicht trödeln. Es sei denn, er wittert unterwegs etwas Interessantes. Oder er stößt auf einen Baum. Da wir Barbas Zielort kennen, kann ich uns Routen eröffnen, zu denen er keinen Zugang hat. Wir wissen, wo Barbas hin will. Es gibt nur einen logischen Ort. Das Atelier, in dem Sotasil die göttliche Energie studierte. Sunaran sollte die gestohlene Energie dorthin geschickt haben. Es ist nicht weit. Was Barbas und sein Meister mit Viveks Energie wollen, bleibt aber weiterhin unklar. Ihr sagtet, ihr habt die Verteidigungsanlagen ausgeschaltet? Die meisten von ihnen. Es könnte sein, dass noch der ein oder andere Apparat oder ein vereinzeltes Faktotum durch die Gegend wandert. Und wenn Barbas noch mehr Daedra hineinschmuggelt, werden noch andere Verteidigungsmaßnahmen ausgelöst. Kümmert euch um die Gegner, während ich den Weg freimache. Ich schließe danach wieder zu euch auf. In Ordnung, ich bin dabei. Wenn ich denn mal kurz die Sachen hier durchsucht habe. So. Kümmert euch um die Gegner, heißt aber auch, man kann einfach durchlaufen, wenn es geht. Ich denke... Doch, in dem Fall ging es wirklich. Weil man soll das ja nur durchqueren hier. Oh, natürlich muss jetzt einer mich gesehen haben. Hallo? Jetzt nervt mich mal nicht. Ich muss hier die Apparatur machen. Oh, Leute. Basti, du machst einen echt schlechten Job aktuell. So. Hallo? Stirb doch einfach mal. Du bist doch schon tot. So, weiter geht's. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Oben? Oder was war das gerade? Ich glaube, ja, ne? Was da? Oh, Leute. Könnt ihr nicht einfach mal stehen bleiben? Komm, man steht dann hier. Komm. Basti, du blöder Hund. Wenn ich sage, die sollen nach hier kommen. Ach so, da kommen wir jetzt nicht durch. Dann sollst du die da nicht hinten festklammern. Sondern dann sollen die zu mir kommen. Oh, nervt mich, ganz ehrlich. Mir wird niemand genagelt. So. Pass mich mal hier durch. Boah, natürlich habe ich jetzt keine Ausdauer mehr. Wer bist du denn wieder für ein Frettchen? Komm mal her. So. So. Ach so, da. Die Tür. Oh, ihr Ernst? So, wie ihr sagt. Nee, wir müssen hier rum. Folg mir. Du weißt ja offenbar nicht, wo es lang geht. Meister, ich bin dicht vor unserem Ziel. Mit wenig Energie kann ich ein Portal öffnen und... Und was? Betet, dass dies klappt, mein Hund. Denn ihr habt euch in einen Plan eingemischt, der euch nichts angeht. Nein, die Stimme kenne ich doch. Ein Agonia, den wir schon vor kurzer Zeit hatten. Folgt mir, wenn ihr mit diesen Mechanoiden fertig seid. Oh, welche? Was ist denn noch mehr oder was? Ja, jetzt blockiert auch noch meine Tür. Genau. Basti steht natürlich mitten im Schaden drin. Ah, Leute. Wunderschön, nicht wahr? Eines von Sotasil's bevorzugten Ateliers. Ich denke, Barbas ist bereits drin. Das hinter mir ist das Atelier. Es ist nicht nur die Werkstatt, in der Sotasil mit göttlicher Energie experimentierte. Es beherbergt außerdem eines der Reservoirs, die genutzt werden können, um die Stadt mit Energie zu versorgen. Und derzeit ist es mit Viveks Energie gefüllt. Und Barbas ist dort drin? Kann Barbas wirklich Viveks Energie benutzen, um ein Portal zu öffnen? Vielleicht, wahrscheinlich. Es besteht sehr wohl die Möglichkeit. In jedem Fall glauben ist der Hund und sein Meister. Ganz gleich, ob das nun tatsächlich klappt oder nicht. Ihr müsst dort hinein und hinaufhalten. Die Gefahr ist zu groß, als dass man sie ignorieren könnte. Erzählt mir mehr über das Atelier. Wie ich schon sagte, hat Sotasil in diesem Atelier Sunara benutzt, um Experimente mit seiner eigenen göttlichen Energie anzustellen. Das Reservoir, das sich in ihr befindet, wurde eigens dafür entworfen, eine derart gewaltige Macht in sich zu bergen. Was Werkstätten anbelangt, ist sie ein wahres Weltwunder. Lasst uns Barbas aufhalten gehen. Nein, nein, das ist nicht ratsam. Das Atelier hat Verteidigungen. Ihr habt keine Ahnung, was es tun wird, falls es einen von Sotasils Lehrlingen als Feind deklariert. Und ich genauso wenig. Geht. Ich werde die Steuerung dort drüben benutzen, um euch von hier draußen zu helfen. In Ordnung. Ich gehe rein. Ihr haltet mich nicht auf die Verteidigung. Das ist der Feigling da. Ach, das war das. Daran kann ich mich noch erinnern, ja? Südlicher Torsionsdämpfer aktiviert. Öffnet das Gewölbe und zerstört seine Verteidigungen. Hm, ja. Einmal öffnen. Okay. Oh, du sollst den Großen festschalten. So. Gut. Die Steuerung reagiert. Öffnet das nördliche Gewölbe und zerstört seine Verteidigung. Mach ich. Dann einmal auf die andere Seite. Oh, wenn ich den mal laufen würde, heißt das. Hallöchen. Hallöchen. Gut gemacht. Der letzte Dämpfer ist aktiv. Öffnet ihn und betretet das Energiereservoir. Okay, viele halten die Dinge aber nicht gerade aus, ne? Ähm. Seltsame Fluktuationen voraus. Barbas manipuliert das Energiereservoir. Beeilung. Ja, ja, ja. Ich brauche erstmal die Brücke. Kommando Zentral ist sonst nicht erreichbar. Alter. Hört ihr meine neue Rüstung? Ich wollte was Besonderes tragen, wenn ich euch umbringe. Ja, ja. Solltest du vielleicht weniger dumme Sprüche leisten, sondern mal was Richtiges leisten. Und hier, ja. Ein kleiner Vorgeschmack auf göttliche Macht. Feigling. Hallo, geht's noch? Oh, Leute. Was ist der? Nein, ich hab keine. Ich bin's mehr. Meine Magiker mehr. Alter, ernsthaft. Hört ihr es denn nicht? Der Weg ins Reich des Vergessens öffnet sich. Ja, schieß auch, wenn ich einen langen Angriff mache. Er hat schon kein Leben mehr, aber sterben kann er auch nicht. Ich hasse diese Milchhahniken. Brrrr, ich bin's. Ja, ganz ehrlich. Du warst schon tot. Ich spüre es, Sklavikus Wille ist fast schon hier. Oh? Schnappt ihr euch so nah ran? Dann holt Fürst Wiebex Energie aus der Reservoirleitung. Okay. Sehr viele Interferenzen. Das macht es schwer, einen Zielort festzulegen. Ich werde die Verbindung stabilisieren. Hä? Erst zeigt ihr mir an, ich soll rauslaufen. Jetzt soll ich doch wieder hier rein? Leute, könnt ihr euch entscheiden, bitte? Ach so, hier. Jetzt soll ich raus, oder was? Verstehe, verstehe. Oder auch nicht, weil er mich jetzt wieder reinführt. Oh, Leute. Worauf soll ich das jetzt anwenden? Hier drauf oder nicht? Weil er zeigt mir immer wieder, an die so rausgehen. Komm ich mal. So. Ich mach das jetzt hier. So ein guter und treuer Hund. Ihr habt fürs Erste genug getan. Wird einfach weggezogen hier. Und nun? Kehrt den Wiebex Palast zurück, okay? Ähm. Ihr seid also die Sterbliche, die meinem armen Hund so viel Ärger gemacht hat. Ich schätze, wir sollten uns unterhalten. Nur ihr und ich. Na gut, machen wir. Wie könnt ihr es wagen, meinen Hund zu züchtigen? Er wollte doch nur seinem Herrschchen gefallen. Und ich würde keiner noch so unbedeutenden Kreatur, die euch am Herzen liegt, auch nur ein Haar krümmen. Euch hingegen muss man dringend Manieren beibringen. Barbas hat versucht, Fürst Wiebex zu töten und Wadenfeld zu vernichten. Tatsächlich. So viel Ehrgeiz. Wie ihr sehen könnt, ist Barbas. Wie ihr sehen könnt, ist Barbas kein böser Hund. Er wird nur schnell aufgeregt und übereifrig. Er hat meinen Plan ein wenig ausgeschmückt. Aber am Ende hat sich alles gefügt. Und wir haben die Stadt der Urwerke gefunden. Dann habt ihr also doch versucht, die Kontrolle über die Stadt der Urwerke zu erlangen? Dieser kleine Flo hält sich für schlau, aber meine Pläne übersteigen seine Vorstellungskraft. Doch indem ihr das Unvermeidliche hinausgezögert habt, habt ihr mir und meinen Verbündeten einiges an Scherereien bereitet. Ihr bittet so lange hierbleiben, bis ihr keine Gefahr mehr seid. Wie hören sich denn ein paar Jahrzehnte für euch an? Nein, danke. Ich glaube, ich finde schon alleine hier raus. Meister! Aushund, habt ihr nicht... Wartet, wer wagt es, meine Stamptauke zu stören? Hab euch! Hier drüben! Oh, Clavicus Vile, das ist nicht gut. Irgendwo zwischen der Stadt der Urwerke und Vivek habe ich euch verloren. Aber es war recht leicht, eurer Energiesignatur zu diesem daedrischen Schrein zu folgen. Unglücklicherweise stört irgendeine Kraft meine Bemühungen, ein Portal für euch zu öffnen. Es ist Clavicus Will. Er will mich hier für ein paar Jahrzehnte einsperren. Hm, das wäre höchst bedauerlich für euch. Zum Glück habt ihr mich, um euch beizustehen. Nun, mich und Sunara setzt eine kleine Menge von Viveks Energie bei der Statue ein. Das sollte als Ablenkung genügen, damit ich euch dort herausziehen kann. Ich werde Sunara auf die Statue von Vile anwenden. Hing fort, nerviger Zaubermeister! Das hat wirklich geklappt? Nun, schön, dass ihr noch lebt, Assistentin. Schnell, Fremdländerin! Um Vivek ist es fast geschehen! Meine Zeit, sie neigt sich dem Ende zu. Wart ihr erfolgreich? Könnt ihr meine Energie wiederherstellen? Ich habe den Stab, aber beim letzten Mal hättet ihr euch beinahe umgebracht. Ihr habt also meine gestohlene Energie zurückgeholt. Ihr habt Barbas aufgehalten. Nun, gebt mir zurück, was rechtmäßig mir gehört. Aber woher nehmen wir die Gewissheit, dass euch der Stab nicht noch einmal schadet? Um aus meiner 75. Ermahnung zu zitieren, Gewissheit ist der Bruder der Angst. Nichts ist sicher. Aber ich habe Vertrauen in euch, in das, was ihr getan habt. Benutzt den Stab. Gebt mir meine Energie zurück. Oder auch nicht. In Ordnung. Ich werde den Stab einsetzen. Seid doch vorsichtig und stellt meine Energie wiederher. Reise Tvivek. Seine Energie ist wiederhergestellt. Bemerkenswert. Weder ein Ordinator noch ein Kriegswappenträger hätte das besser hinbekommen. Ihr habt einen daedrischen Verräter in unserer Mitte aufgedeckt, einen lebenden Gott von der Schwelle des Todes zurückgeholt und ganz Wardenfell gerettet. Gut gemacht, meine Freundin. Ich habe getan, was ich konnte. Und meine nächste Lektion soll verkünden, Bescheidenheit ist der trügerische Mantel des Schmeichlers oder die ehrliche Gewandung des Demütigen. Ein weiteres Mal gehört euch meine Dankbarkeit und die meines ganzen Volkes. Genauer gesagt, schulden selbst diejenigen, die dem Tribunal trotzen wollen, euch ihr Leben. Und wir erhalten ein entschlossenes, einhändiges Schwert vom Kriegerpoeten. Ihr habt viel für mich und Wardenfell getan. Doch wie die Krieger sagen, denkt nicht, dass die Schlacht schon geschlagen ist, wenn der Gegner tot am Boden liegt. Herz und Hirn des Volkes wollen ebenfalls noch gewonnen werden. Ich muss euch um einen weiteren Dienst bitten. Was soll ich tun? Dankbarkeit ist ihr eigener Lohn, sagte ich einmal zu einer Menschenmenge in Ebenherz. Ich habe allerdings festgestellt, dass manche meiner Anhänger etwas Greifbareres sehr zu schätzen wissen. Helft mir, jene zu belohnen, die uns bei der Rettung Wardenfells Beistand geleistet haben, auf das mein Volk neue Zuversicht finden möge. Wie kann ich euch helfen, Leute zu belohnen? Geht für den Anfang den Siegelring des Erzkanonikers aus der Halle der Weisheit holen. Es ist an der Zeit, einen neuen Hohepriester zu ernennen. Ich werde mein Volk zusammenrufen und euch bei meiner Statue im zentralen Kanton treffen. Das wird eine prächtige Zeremonie, meine Freundin. Nun gut, ich beschaffe das Siegel und treffe euch im zentralen Kanton. Ach ja, wir sind hier unten. Schwupps, du hast es nicht gesehen, Basti. Du hast es nicht gesehen. Ach, er hat es doch gesehen. Schade. So, wo ist denn der Ausgang hier? Da. Der Felsen ist wieder, wo er sein sollte. Und die Stadt erscheint wieder in ihrem Glanz. So, einmal nein. Lalalala. Ich suche den Ring und gucke hier einfach mal überall rein, ob hier noch irgendetwas ist. Ähm. Ich suche aber tatsächlich den Ring. Moment, wir müssen hier hoch. Ach, da hätte ich die ganze Zeit schon was mitnehmen können. Hätte ich das gewusst vorher. So, sonderbarer Spiegel. Der logischerweise nichts damit zu tun hat. Ich denke mal, dass das... Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Dass das in dem Kästchen, sag ich mal, drin ist. Da war noch was zu lesen. Aber das kannte ich schon. Oh, dann können wir das Ding halt nicht nehmen. Ist okay. Immerhin zwei Rüben, ne? So. Dann geht's wieder zurück und zur Statue. Die denn hier ist, glaube ich. Oh, wir haben aber vorher noch ein Buch zu lesen. Die Geschichte von Badao. Könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ja, ich habe den Siegelring hier. Bewacht ihn weiter, denn er steht nicht nur für meinen treuen Diener Tavos, sondern auch für das Gestern und Morgen meiner Priesterschaft. Und nehmt auch dies hier, zur Unterstützung bei eurer nächsten Aufgabe. Was ist denn dieser Tasche? Ihr wart meine Augen und Ohren in der Welt. Seid nun meine Hände. Dieser bescheidene Beutel birgt einige Gaben für meine treuen Diener, Segnungen meinerseits. Doch ich möchte, dass ihr sie übergebt. Ihr habt mir im Angesicht großer Widrigkeiten gedient. Nun feiert mit mir. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn ich meine Getreuen vortreten lasse, greift ihr in den Sack und reicht ihnen das Erste, was ihr darin findet. Sie sollen meine Worte des Lobes und der Dankbarkeit hören, doch es soll eure Hand sein, die sie belohnt. Seid ihr bereit, Freundin Vivex? Ich bin bereit. Aufseherin Chiralas, tretet nach vorn. Aufseherin Chiralas, ihr habt eure Segensteine für den Kriegerpoeten geopfert. Gut gemacht. Nehmt diese aufgeladenen Steine und baut meine Stadt zu Ende. Nach einem Urlaub mit eurer Frau. Habt Dank, Fürst Vivek. Ich werde tun, was ihr wünscht. Barilsa, tretet heran. Euer Wissen um die Mysterien meines Bruders Zotasil und die Eigenheiten der Portalmagie waren von unschätzbarem Wert. Nehmt dies und treibt damit eure Experimente voran. Edelsteine gefüllt mit einem winzigen Bruchteil göttlicher Energie. Erstaunlich und so großzügig. Mit der richtigen Einstimmung könnten sie die Portalmagie immens verbessern. Vielen Dank. Erzkanoniker Tavos hat uns bis zu seinem Tod gut gedient. Doch als ich am dringendsten Hilfe brauchte, wuchs Kanoniker Levule über sich hinaus. So erhebt euch denn nun als Erzkanoniker Levule. Mein Fürst, ich bin unwürdig. Aber ich werde danach streben, das zu Ende. Habt Dank. Ich kann es kaum erwarten, es meinen Ahnen zu sagen. In der Poesie hat die letzte Strophe die größte Bedeutung. Vom Fremden in unserem Land zum ewigen Freund. Tretet vor. Ihr tretet mit leerem Beutel vor mich. Aber habt keine Angst. Wie ich schon schrieb, behandelt eure Feinde gut und eure Freunde noch besser. Wisset, dass ich euch als eine sehr gute Freundin betrachte. Werdet ihr die Ehre annehmen, die ich euch gleich zuteil werden lasse? Ich nehme diese Ehre an, Fürst Vivek. Lasst alle wissen, dass ihr von diesem Moment an Viveks Champion seid. Nehmt meinen Dank und diese bescheidene Belohnung. Ich sehe für eure Zukunft sogar noch größere Errungenschaften voraus. Aber für den Moment seid stolz, die Heldin Morrovinz zu sein. Ja, und wir erhalten einen erfüllten Torso vom Kriegerpoeten und einen Fertigkeitspunkt. Da fällt mir aber gerade ein, ich meine, es war diese Questreihe, wo man relativ zu Anfang eine Kopfbemalung bekam. Und ich glaube jetzt beim Abschluss nochmal eine Körperbemalung. Ich kann die euch gleich gerne nochmal kurz zeigen. Ich bin mir nämlich sicher, das ist in dieser Questreihe gewesen. Die habe ich aber leider schon mit meinem Maincharakter geholt. Deswegen kann ich es euch so jetzt nicht zeigen. Nun geht hin und vorlocket. So, dann schauen wir da jetzt nochmal kurz nach. Und zwar ist das hier die Kriegswappenträgerkörperbemalung. Hier steht es auch drin. Heldenfürst Viveks und des Tribunals, die sich bewiesen haben, haben Anspruch darauf, diese Körperbemalung zu haben. Eine Belohnung für die Hilfe, die ihr für Fürst Vivek beim Verbreiten seines göttlichen Segens geleistet habt. Und so sieht das Ganze dann aus. Also die würdet ihr dann normalerweise hier kriegen. Und ich meine, diese Körperbemalung jetzt würdet ihr dann jetzt hier kriegen. Und was ihr dann vorher schon bekommen hattet, da steht jetzt nur die Belohnung für die Hilfe. Das ist dann diese Gesichtsbemalung. Das ist dann die passende Gesichtsbemalung. Die ist, ich weiß nicht, ich glaube nach drei Quests oder sowas hat man die mal zwischendurch bekommen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu tun, als mich von euch zu verabschieden. Ich werde nochmal schauen, wo wir die Quest haben. Ich meine, die haben wir damals in Deschan angenommen. Wir haben nämlich eine Quest bekommen, wie wir zur Stadt der Urwerke kommen würden. Und genau da müssen wir jetzt hin, weil das Ganze wurde jetzt schon in der Geschichte natürlich erwähnt. Jetzt im Finale waren wir quasi in der Stadt der Urwerke. Ja, dann sage ich aber jetzt tatsächlich, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank.